Ich schätze an der TWS, dass sich das Unternehmen sehr für meine Heimatregion engagiert. So werden zum Beispiel Vereine, kulturelle und soziale Einrichtungen und Veranstaltungen unterstützt. Wir gehen bei der TWS gemeinsam neue Dinge an und arbeiten diese über die Bereitsgrenzen hinweg miteinander ab. Darüber hinaus ist es uns als Geschäftsführung ganz wichtig, dass wir gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden schaffen und auf ihre psychische und physische Gesundheit achten. Vergraben und unvergessen, was wir bauen, hält 70 Jahre. An der TWS schätze ich es, an regionalen, regionalen Projekten mitzuarbeiten, um somit einen aktiven Teil zu Energienden beizutragen. Als regionale Energieversorger ist die TWS im Schüsseltal zuständig, die Gebäude und Haushaltskunde mit Strom, Gas und Wasserversorger. Wir bieten hier einen krisesicheren Arbeitsplatz, familiäre Atmosphäre mit flacher Hierarchie und gute Aufschließmöglichkeiten. An der TWS schätze ich, dass ich meine Arbeit flexibel und selber einteilen kann und gerade als junger Familienvater dieses flexiblen Arbeitszeiten auch sehr genießen kann und ich bei der TWS einfach immer die Möglichkeit habe, in Ravensburg von A nach B zu kommen, denn mit dem Fuhrpark, egal ob Auto oder Fahrrad, brauche ich kein eigenes Auto in Ravensburg und ist auch sehr einzigartig. Die TWS ist ein starker Partner in der Region für die Region. Was ich an der TWS sehr schätze, ist ihr Engagement für die Region Oberschwaben. Ich schätze an der TWS, dass der Kunde bei uns im Mittelpunkt steht und wir ausschließlich Ökostrom vertreiben und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Meine TWS ist ein ökologisches Unternehmen. Meine TWS ist ihr Mitarbeitenden im Zugewald, bildet viel aus und meine TWS schafft einen Mehrwert für die Menschen in Ravensburg und Weingarten.